Willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle. Heute mit dabei, ihr könnt ihr schon sehen, ist, na, 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 wer ist dabei? Ich bin's nicht, ich bin's nicht. Achso, okay, dann spiel ich heute mit mir alleine als Let's Battle. Also, heute, ne, willkommen zu Let's Battle Sonic and Sega All-Stars Transformed. Heute mit dabei ist ich und ich. Ja, mal sehen, wer gewinnen wird. Genau. Ich glaube, ich. Nein, natürlich ist der Wester mit dabei und, ähm, ja, er hat, er freut sich sehr darüber, dieses Spiel zu Let's Battle. Den hab ich schon mitgekriegt. Ach, wird schon. Ich kann's halt wieder nicht und es passt aber. Ja, und hinterher wird er dann doch gewinnen, das können wir ja schon. Und, äh, weil ich auch ein bisschen fair sein möchte, äh, nehm ich halt auch heute nur zufällige Charakter... äh, Brei. Brei? Zufälligen Brei nehm ich heute. Und, ähm, ja, dann bist du bereit? Genau, ja. Ja, das liegt daran, dass ich halt sehr wenig mit den ganzen Sega-Charakteren hier anfangen kann und deswegen bleibe ich bei random. Ja, aber hast du doch einen Mega-Tweil von sowas besessen damals. Ja, aber ich hab ja nie Sonic gespielt. Ah, und mit dir bin ich befreundet? Ja, ich weiß. Sprich mit der Hand. Ich weiß, ich weiß, Gnade. So, äh, legen wir los. Ja, aber Sonic hatte ich nie. Ach nee, ich muss noch ein Dingens auswählen, verdammt. Jetzt wähle Map-Bus. Und, genau, ach, das ist, nee, das sind Freunde. Freunde hab ich nicht, sieht man ja. LB muss ich drücken. Ah. Weißt du, RB, das ist für Einladung und LB ist für Option. Es steht da extra drüber. Ja, und genau die Knöpfe sind miteinander vertauscht. So optisch gesehen auf dem Bildschirm oben. Na gut. Das ist total verwirrend. So, nehmen wir mal... Nein, ich will dir nicht solche schweren Touren gleich antun. Nein. Nehmen wir... Nehmen wir das. Nimm was Schönes. Ja, mach ich. Etwas Einfaches und Simples. Das sieht echt nur schlimm aus. Na gut. Okay, es ist schlimm. Gibt's auch irgendwas Piratenmäßiges? Kann ich mal gleich gucken, ja. Ich glaube, sowas hab ich. Hm. Weil du ja so ein kleiner Piraten-Fan bist. Ach, die. Die hab ich sogar schon mal gesehen. Ich fahr so in diese Teile rein. Ja, ich glaube auch. Und was ist das? Was denn? Für einen Tintenfisch? Ein großer, roboterartiger Tintenfisch. Ich hab Amy. Ich hab diesen Racket. Yay. Oh mein Gott, ich werd so verkacken. Ich gewinne. Du gewinnst. Yay. Ich gewinne. Das nur, weil ich die scheiß Amy hier hab. Warum? Was ist denn mit der? Die ist arschlangsam. Okay. Die war damals schon in Sonic Air, also extrem langsam. Das ist gut, das ist gut. Au. Da, oah. Da hat jemand meine Steuerung invertiert. Das ist nicht gut. Muhamuham. Ja, Muhamuham. Muhamuham. Das ist mein Lachen. Ich bin hier hochkonzentriert. Echt? Wieso? Ich muss dich da von, von, äh, deine Konzentration unterbrechen. Ich will gewinnen, 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 gewinnen. Ich bin der Erster. Yes. Juhu. Doch, du warst ganz kurz Erster bei, bei der Testrunde. Nee. Nee. Ich hab mich nicht überholt. Achso, okay. Du warst immer vor mir. Schwanerei. Was ist alles? So, du meinst, du könntest Erster bleiben? Nein. Gut. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das auch, äh, einhalten können. Aber im Moment komme ich nicht mal am zweiten Platz vorbei. Das ist gut. Au. Du hast mich getroffen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nee, ich finde es nicht so schön. Doch, das ist ja gut. Nee, finde ich nicht. Echt nicht. Muss nicht sein. Das ist gut. Schön finde ich auch, dass hier diese Team Fortress Charaktere mit enthalten sind. Die ja wirklich sehr viel mit Sega zu tun haben. Aber das liegt einfach nur daran, dass die die Finger im Spiel hat. Äh, was passiert hier noch nicht. Was denn? Äh, die Map hat sich runtergefahren. Ja, damit sich der Kurs ein bisschen variiert vom Rest. Ich weiß nicht, wo ich langfahren muss. Ja, folge immer den pinken Pfeilen. Klasse. Gut, dass du mir das auch sagst, so eine verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das schaffst du. Äh. Du fährst noch richtig, sag ich mal. Meine, noch fahr ich richtig. Ja, sieht gut aus, laut Karte. Ich komm einfach nicht an dich ran. Sehr schön. Aber weil Amy halt so verdammt Scheiße ist. Und ich hoffe für dich, dass du sie nicht bekommst. Hier jetzt auf einmal so scheiß, äh, äh, Dingens? So Bienen? Weil ich die da ja hingebracht hab. Aber du warst doch doch gar nicht vor mir. Nee, aber die können ja da hinfliegen. Wie? Weißt du, so Fliegebienen. Oh mein Gott. Die erste Runde geht an Westerse. Ich glaub's gar nicht. Und er auch nicht. Nee. Yay. Ah, ich bin scheiße in solchen Spielen. Also in der Proberunde hat er noch gewonnen. Ja, haus hoch. Na? Haus hoch, Abdelung. Ja, war der voll freigeschaltet. Yes. Unantastbar. Yay. Yay. Diesen Erfolg wirst du niemals wiedersehen, weil du ihn bereits erreicht hast. So was? Ja, äh, unglaublich. So. Gehen wir gleich mal ab in die nächste Runde von dreien. Ich muss hier noch rumcruisen und ich wette mit Skills und Geduld. Ja, immer wieder das Gleiche. Kann ich auch nicht überspringen. Ja. Aber das ist auch... Auf Spieler warten. Auch die Map hier einfach verändert. Schweinerei. Ja, das ist bei mehreren Maps so. Okay. Damit du dich ja nicht alles merkst, was jetzt wo, wie du fahren musst und so weiter. Mhm. Es gibt sogar Maps, da ändert sich das jede Runde. Ja. Und... Guck mal, jetzt habe ich auch so Sticker. Wow. Sticker. Ähm, nee, nicht hier. Wolltest du was Piratenartiges da? Habe ich eine Map, die heißt Piraten. Wenn das nicht Piratenartig ist, dann weiß ich auch nicht. Oh ja, das sieht schon gut aus. Äh, bist du bereit? Ja. Äh, okay. Wir warten. Ah. Ich hoffe, ich kriege nicht noch schon wieder hier diese scheiß Amy. Amy. Nein, nicht Amy. Ich kriege jetzt Amy bestimmt. Komm. Ich wollte Amy. Und dann, äh, gewinnst du auch noch mit der. Keine Ahnung. Nur erstmal kriegen. Das sieht nicht piratmäßig aus. Ne, nicht wirklich, ne. Also, so ein bisschen. Aber immer noch. Ja, eben. Ich habe keine Ahnung. Äh, ernsthaft? Oh, du Scheiße. Oh, mein. Ich packe das, ich packe das. Ne, ich bin noch hinten. Und ich habe Sonic. Ach du Gott, dann bist du ja der Schnellste hier. Ne, ich bin aber noch hinten. Deswegen, ich mache irgendwas verkehrt. Geht alle aus'n Bahn hier! Lass mich vorbei, ich bin Heiler! Ach ne, bin ich gar nicht. Verdammt. Das glaub ich nicht, ne. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig war oder nicht. Im Zweifelsfall immer runterfallen. Dann kommst du immer wieder auf die richtige Strecke. Ne, runterfallen wollte ich jetzt nicht. Nicht? Nö, einfach mal nö. Aber ich bin Vierter. Ja, du bist... Hey, hey! Hey, geh weg hier! Hab' ich doch nicht! Hab' ich doch nicht! Oh mein Gott, wir können fliegen! Das ist die Schneewelle! Verdammt, was ist das hier für ne Steuerung? ETF! Vestas ist leicht überfordert. Mayday! Mayday! Oh Gott! Das wird so nix. Kann man da reinfliegen oder genau auf die fliegen? Sowohl als auch, glaub' ich. Okay. Yay! Yay! Zieht da vor... Nicht vorbei. Weil er falsch fährt. Bin ich hier richtig? Warum muss ich springen? Wo geht das hier lang? Ich hab' keine Ahnung, wo du bist. ETF! Warum fährst du in ein Boot und ich nicht? Ähm, weil ich's kann. Ich glaub' ich nehm' die lange Bute. Ich hab' keine Ahnung. Ich fahr' halt, wie gesagt, immer nach Gefühl. Nach Gehör. Nein, nach Gefühl. Oh Gott, bist du weit vorne. Dann war's tatsächlich ne Abkürzung, ne? Es tut mir leid. Ahhhh. Das war auch in Mario Kart immer anfangs so, aber in Mario Kart hast ja nicht so die Variation in dem, wo du fährst. In Mario Kart, fand ich, war's immer relativ übersichtlich. Das hier ist einfach nur, äh, ne? In Mario Kart war's ja hingegen immer so, dass, äh, die, die, die richtige Abkürzungen halt richtig versteckt waren. Ja. Und hier fährst du irgendeine, äh, Strecke und hast dann zufälligerweise den schnelleren Weg genommen. Und dadurch, dass sich hier immer alles, jede Runde verändert, kannst du ja sowieso nicht merken. So als normalsterblicher, wo, wie, was. Ich hab sowieso keine Ahnung. Das ist gut, das ist gut. Im Moment hoffe ich einfach immer noch nicht zu treffen, irgendwie. Ahhhh. Ahhhh. Flugschiff! Warum geht das da hoch? Weil's da hoch geht. Warum folgst du dir eigentlich? Ich hab keine Ahnung, warum folgst du mir? Also wirklich. Das ist ganz schön uncool, weißt, ne? Ach, da war so ne Fliege hier. So, und da ich jetzt weiß, dass der rechte Weg kürzer ist, nehm ich den nochmal. Hm. Rechts, ja? Ja. Du hast mich erwischt. Ups. Das tut mir leid. Irgendwas flog da gerade am Ende vorbei. Treff ich dich noch nicht mal? Ah, jetzt hast du mich getroffen. Verdammt. Krieg dich noch, ich krieg dich noch. Ist das schon die dritte Runde? Ne. Äh, ne ist die zweite. Also kann ich dich noch einholen? Ja, falls das drei Runden dann geht, das weiß ich nicht. Ja, es gibt noch ne letzte Runde und jetzt hat sich immer wieder alles verändert. Okay. WTF. Einfach nur WTF. Wo geht sie lang? Im Zweifelsfall immer mehr folgen, also lass mich vorne. Ja, ja. Ich bleib mal vorne. Ich glaub, ich sollte mehr diese Zeugs ja einsammeln, anstatt versuchen in diese Speeddinger zu kommen. Nicht halt abzuschießen. Ja, könnte man so machen, muss man aber nicht, weil hinterher schadest du mir dadurch nur. Das muss nicht sein. Oh mein Gott, alles geht kaputt. Oh mein Gott. Explosiona. Jede Menge davon. Yay. Jetzt, jetzt komm, irgendwas muss doch jetzt da drin sein, womit ich direkt abschießen kann. Ich hoffe nicht. Schwarm ausgewichen. Ja, ich bin diesen Schwarm unglaublich toll ausgewichen, das glaubst du gar nicht. Bist du den ausgewichen, ja? Ich bin außen rum geflogen. Ach, Mann. Ja, wenn man fliegen kann, dann bringen die echt irgendwie gar nichts. Ja, also das schaff ich glaub ich nicht mehr. Nee, ich glaub aber auch nicht. Oh, scheiße Amy. Ja, Amy ist echt scheiße. Aber mein Glück krieg ich die jetzt nochmal. Oh, eins, eins. Ja, also das ist ja jetzt hier schon fast ausgeglichen. Ah, Schweinerei. Es hängt ja quasi nur davon ab, wer hat Amy. Ja, im Moment ist echt so. So, mal sehen, ob nächste Runde auch wieder jemand Amy bekommt. Ich hoffe nicht. Ich glaub nicht. Nee, das wär schon ein extremer Zufall. Geht das hier mal nicht schnell hier mit dem komischen Aufleveln, was Alex bringt? Nee, ich glaub ja nicht. Ich weiß eh nicht, was das bringen soll, aber ist okay. Du musst ja jetzt erstmal eine tolle Map jetzt aussuchen. Mal gucken, was es jeder bringt. Genau. Such dir was ganz gemeines bestimmt raus. Keine Ahnung. Ich habe eine Location freigeschaltet. Uh. Uhu. Ähm. Die Taste. Ähm. Rennen. Und dann nehmen wir... Ich versuch hier nochmal eine piratenartige... Ah, muss nicht. Och doch, warum nicht? Nee, ich hätt mal gern jetzt was. Was haben wir denn noch so? Mittelalterliches. Mittelalterlich. Also richtig Mittelalter, weil das war ja auch irgendwie komisch Piraten. Das war ja mehr so Space Piraten. Ich weiß nicht, ob das Mittelalterlich ist. Sieht nicht danach aus. Ich glaub sowas richtig Mittelalterliches. Hast du nicht. Habe ich noch nicht. Aber wir versuchen einfach mal diese Strecke hier aus, die ich hier hab. Dann hätte ich gern ein Bürolevel. Welt. Nein, also sowas erst recht nicht. Klasse. Klasse. Ja doch, sieht fast Mittelalter aus. Panzer, Dragon, Dragoon und... Bist du bereit? Ja, ja klar. Für die letzte Runde? Ja. Okay. Ich bin so tot. Und ich auch. Mich? Yay. Nö. Okay, dann nicht. So, auf geht's. Ja, wenn er hier mal fertig geladen hat. Ah, geht doch. Was bist du denn? Was denn? So, dieser Vogel da. Ist ein Vogel. Was soll das denn darstellen? Vogel. Ja, ich hab... General Winter! Zwei, eins, los! Das wird bestimmt großartig. Gehst du wohl weg hier? Oah! Gleich erstmal an die Bande hier geschmissen. Hervorragend. Ja, ich bin auf dem letzten Platz. Yay! 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 Yay, achter! Achter! Geht mir doch all aus dem Weg hier. Was soll denn der Scheiß? Bin immer noch auf dem letzten... Ja, ich bin am vorletzten Platz. Super. Der war endlich mal eine anständige Karosse hier. Der kann man erstmal diese langsame Amy überholen. Die sowieso so toll ist. das ist aus dem seger-saturn-spiel bei diesem charakter meine ich schon mal gesehen zu haben aber sagt mir so halt es ist halt ein hauptcharakter aus dem dazugehörigen spiel 9 und macht man da so bübs ist es war irgendwie so ein scheißspiel frau nicht mehr ich hab's mal angespielt weil mich das interessiert habe weil es in sonic avenger auch mal kurz ankommen und äh ich hab einfach jetzt mal gemacht okay sah ziemlich nach einem gelegenheitsspiel aus kein kein wirklich mit viel story und so weißt du gut okay ich bin erster wuhu auf diesem platz wirst du wahrscheinlich bleiben das ist gut weil ich mit generell winter nichts anfangen kann das ist sehr gut sehr erfolgreiches random glück habe ich dann ja außer dass eben mit einem ja muss ja auch mal hier einen abkriegen eben wow kurve kurve extrem kurve kratzen jetzt verändert sich hier schon wieder die map oh gott ist doch super nicht ne schade nicht nicht für so ein Prozent wie mich ich hab da Schwierigkeiten auch nicht nur du Prozent Tentakel Monster und klar warum nicht macht ihr irgendwas kaputt auch Tentakel Monster wollen ihren Spaß haben oder was das auch immer ist Tisch gedöhnt und das war knapp hättest du mich fast getroffen hätte ich ja bist du mal so weit schon hinter mir ja ich bin jetzt auf dem zweiten Platz lass nur dran oh gott geh weg lass mich gewinnen da du bist immer noch sehr weit vorne lass mich gewinnen ne ich lasse dich nicht gewinnen ich versuche hier zumindest nach vorne zu kommen ob es klappt bezweifle ich boah sind das Wellen hier ja solche möchte ich mal im Relay verleben ne und der General Wind hat eine ganz tolle Animation wenn er sein Fahrzeug ändert äh Bildschirm wird einfach nur mal von dem großen Stern äh bemalt damit du nicht siehst wie sich das Fahrzeug verändert total toll na super das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen was soll ne lassen ich muss doch ja ich jetzt auch mag fliegen nicht fliegen ist doch toll ne so fast wie schwimmen nur in der Luft ne 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 ok dann nicht ich kann dich sehen du bist immer noch weit entfernt verdammt oh nö was ne deine komischen Insekten das sind nicht meine mach doch nicht sowas sind nicht meine das sind bestimmt deine ne ich glaube nicht na gut nicht deine ne ich hatte nämlich Schneebälle die habe ich noch nicht mal gesehen bin ich gut kann so bleiben ja sagst du vielleicht ah ich möchte am Felsen stecken bleiben hier was soll denn der Scheiß ist das ist nicht gut aus für mich ne 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 ja meine Güte ist Sonic All Star Racing Jeder kann mich damit besiegen. Auch du kannst das. Naja, na gut. Wenn du das sagst. Ja, sag ich. Also ich hätte es mir nicht zugetraut. Nee, hättest du auch damals bei Street Fighter nicht. Wer ist denn Dancia Patrick? Das weiß ich nicht. Was weißt du eigentlich? Ich weiß, dass Wasser manchmal nass ist. Wasser ist manchmal nass? Wenn es nicht trocken ist, ja. Hey. Halt ich mal so fest? Ja, besser ist das. Halt es ganz dolle fest. Dann bleibt es auch nass. Okay. Bleibt das so? Ja, das bleibt so. Gut. Genug geschwafelt. Hast dir jetzt ehrenvoll gewonnen. Ja. 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 Ich bin unbesiegbar. Aus dem Book of 3. Ja. Genau. Schön, dass wir es auch geklärt hätten. Und deswegen können wir uns jetzt hier ganz getrost verabschieden. Nun gut. Dann tun wir das mal. Genau. Wir machen einfach mal tschüss und winke, winke. Winke, winke. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.